Und zum Schluss die Nubart Newbox AS 225. Diese Soundbar bietet fünf Eingänge für einen direkten Anschluss. HDMI ARC für TV, einen optischen TV-Anschluss, einen koaxialen Anschluss für CD-Player, AUX-IN für Smartphones und TVs und Bluetooth. Die bei der Soundbar beiliegende Abdeckung ist magnetisch. Die zwei Wege-Lautsprecher der Soundbar mit 4x40 Watt Musikleistung bieten einen Hochtöner und einen Tiefmitteltöner. Das Gerät hat bereits einen Verstärker integriert. Die Inbetriebnahme erfolgt über Plug & Play der zugehörigen Quellen. Die Soundbar ist in den Farbdesigns schwarz und weiß erhältlich und wiegt knapp 9,3 kg. Die Abmessungen sind 12,8 x 30 x 60 cm. Die Steuerung des Gerätes ist über eine mitgelieferte Fernbedienung möglich. Eine LED-Beleuchtung an der Box zeigt die gewählte Quelle mit verschiedenen Farben an. Die Soundbar hat die beiden Modi Music und Movie, um Sound noch spezifischer genießen zu können. Sie unterstützt die neuesten Bluetooth-Kodex und hat eine untere Grenzfrequenz von 36 Hz. Die Wichtigm Die Ausбы Isaiah Ausgeln 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 Bis zum nächsten Mal.